Aber Kim, protestierte das Mädchen. Ihr scheint alle anzunehmen, dass meine Feststellungen über jeden Zweifel erhaben sind. Ich bin mir meiner Sache gar nicht so sicher, zumal ich keine Spur von den Eich gefunden habe. Wir brauchen uns nicht weiter darüber zu unterhalten, erwiderte Kinison. Du weißt selbst, wie die Overlords arbeiten. Sie stimmen sich auf einen Geist ein, der eine möglichst große Lebenskraft besitzt. In diesem Zusammenhang wundere ich mich, dass sie sich noch nicht für Helena interessiert haben. Bei den bisher Verschollenen handelt es sich doch bestimmt um besonders intelligente und talentierte Lyranerinnen, nicht wahr? Clarissa überlegte einen Augenblick. Das ist interessant, sagte sie dann. Über diesen Aspekt habe ich noch nicht nachgedacht, aber du könntest recht haben. Das hatte ich mir gedacht. Jetzt ist alles klar. Die Overlords schicken ihre Impulse aus und locken ihre Opfer auf direktem Kurs heran. Aber das ist doch offensichtlich, wandte das Mädchen ein. Bisher war es das nicht, schaltete sich Tregonsee ein. Erst ihr Einsatz hat uns auf die interessanten Koordinaten hingewiesen. Ein Einsatz, für den außer Ihnen niemand in der galaktischen Zivilisation in Frage gekommen wäre. Das möchte ich doch einmal betonen. Vielen Dank, Tregonsee. Aber unsere Gegner sind bestimmt schlau genug, um... Ich meine, sie werden doch nicht immer die gleiche Technik anwenden. Vielleicht können sie nicht anders, sagte Kenna-san. Wahrscheinlich müssen sie ihre Opfer auf kürzestem Wege heranlocken, wie sie es immer gemacht haben. Die Eich haben wahrscheinlich versucht, ihre Verbündeten von diesen Orgien abzubringen. Aber seit Äonen gepflegte Gewohnheiten lassen sich nicht einfach abschaffen. Jedenfalls besteht kein Zweifel mehr, dass wir es mit den Overlords zu tun haben. Und es müsste uns auch klar sein, was wir jetzt unternehmen. Die beiden riesigen Schiffe, die unvergleichliche Dauntless und das getarnte Kriegsschiff, das Kinnison, Carthage, als Stützpunkt gedient hatte, stiegen in die Stratosphäre Luranes und flogen nordwärts. Da die Lenz-Träger nicht unnötig auffallen wollten, hatten sie die Gedankenschirme ausgefahren und flogen mit abgeschirmten Projektoren. Mit wenigen Ausnahmen waren die Männer der Dauntless schon einmal mit den Overlords in Berührung gekommen und gehörten somit zu der geringen Zahl von Menschen, die eine Begegnung mit diesen Ungeheuern überlebt hatten. Der Zusammenstoß war allerdings für 22 Kameraden nicht ganz so glücklich verlaufen. Kinnison, Wurzel und Van Buskirk hatten schon in der unbeschreiblichen Umgebung eines Hypertunnels gegen die Overlords gekämpft, in einem Medium, das es den Menschen und den Ungeheuern zwar erlaubt, einander zu sehen, das eine Berührung jedoch unmöglich macht, in einem Medium, in dem die Luft zudem auf beklemmende Weise verfestigt ist. Im Hypertunnel gibt es nur eine Substanz, die in beiden Existenzebenen fassbar ist und daher als Waffe in Frage kommt. Durium, ein synthetisches Material von einer derartigen Festigkeit, dass es eine außerordentliche Masseträgheit besitzt. Die Gefühle, von denen die Mannschaft beherrscht war, als sie erfuhr, dass ein neuer Feldzug gegen die Overlords bevorstand, waren daher verständlicherweise wenig freundlich. Wie wäre es mit ein paar gut platzierten Durdeckbomben? schlug Henderson vor. Nein, Kinnison, protestierte Van Buskirk, der an der Beratung im Kontrollraum teilnahm. Wir haben es hier nicht mit einem Hypertunnel zu tun, Kim, sondern mit einer ganz gewöhnlichen Overlord-Höhle, die für unsere Äxte wie geschaffen ist. Durdeck kommt noch nicht in Frage, Hen, sagte Kinnison. Und ich weiß auch noch nicht, ob du mit deinen Leuten zum Einsatz kommst, Buzz. Das wird sich noch entscheiden, aber ihr solltet euch trotzdem fertig machen. Was meinst du, Wurzel? Müssen wir mit einem befestigten Unterschlupf rechnen oder werden sich die Overlords auf die Abgelegenheit ihrer Höhle verlassen? Ich würde auf das Letztere tippen, erwiderte der Valantia sofort. Sie müssten sich schon sehr geändert haben, was ich ebenso wenig glaube wie du. Eine so alte Rasse lässt ihre liebgewordenen Gewohnheiten nicht einfach fahren. Ich könnte mich natürlich auf ihre Gedankenimpulse einstellen, aber ich weiß nicht, ob das ratsam wäre. Ich fürchte nicht, sagte Kinnison, der sehr wohl wusste, dass ein Valantia bei den Overlords als ausgesprochen schmackhaftes Opfer galt. Trotzdem war bei der Mentalität ihrer Gegner anzunehmen, dass sie jeden Valantia, der sich ihnen auf Lurane bot, als Lockmittel erkennen und bestimmt verschmähen würde. Darüber hinaus würden sie Wurzel nicht nur nicht zu ihrer Höhle führen, sondern bestimmt auch sämtliche anderen Umtriebe sofort einstellen, wodurch die Suche sehr erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht werden konnte. Was wir brauchen, ist eine entschlossene und mutige Lurannerin, sagte Kinnison. Sollen wir uns eine fangen? Das würde bestimmt keine Schwierigkeiten machen, schlug Henderson vor und richtete sich auf. Nein. Entschied Kinnison. Das könnte die Overlords misstrauisch machen. Ich wäre nicht dafür. Vielleicht dürfte ich einen Vorschlag machen, meldete sich Nedrak schüchtern. Selbstverständlich. Da in letzter Zeit sehr viele Lurannerinnen verschwunden sind, dürfte es nicht lange dauern, bis wieder ein Opfer in diese Gegend gelockt wird. Da unsere Gegner diese Lurannerin dann selbst ausgesucht und hierher gelockt haben, gibt es keinen Grund für sie, misstrauisch zu sein. Das ist die Lösung, sagte Kinnison. Los, los Hen, gehen wir über den Kreuzungspunkt der Linien in Position. Lassen Sie bitte vorsichtshalber sämtliche Ortungsgeräte bemannen. Die Männer sollen ihre Aufmerksamkeit zwischen dem Luftraum unter uns und dem fraglichen Terrain teilen. Was für Informationen erhoffst du dir von den Overlords? fragte Tregonsee. Ich weiß es nicht, sagte Kinnison nach einigem Nachdenken. Irgendjemand auf diesem Planeten hat Verbindung mit einer boskonischen Intelligenz oder Gruppe, die in der Hierarchie ziemlich weit oben stehen muss. Daran gibt es keinen Zweifel. Blico hat mindestens ein Schiff hierher geschickt und ich bin sicher, dass das nicht die einzige Expedition ist. Dafür gibt es leider keinen Beweis. Erwiderte Tregonsee leise. Außerdem ist das fragliche Boot nicht hier im Polarkreis, sondern in der bevölkerten Zone gelandet. Warum? Um Lüranerinnen zu fangen? Der Rigelianer versuchte, die Diskussion mit seinen Fragen voranzutreiben und neues Licht auf die offenen Probleme zu werfen. Möglich wäre das schon, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Lüraner eine Art Knotenpunkt zu sein scheint. Es war vorgesehen, dass Ilona von hier aus auf ihre Mission geschickt werden sollte und dann die beiden Schiffe, die gewalttätig geworden sind. Wir können in jedem Fall davon ausgehen, dass die Overlords irgendwie mit Boscon zusammenhängen und sich eine Befragung daher lohnen kann. Die Diskussion wandte sich nun der Frage zu, wie man gegen die Overlords vorgehen sollte. Die beiden Patrouillenschiffe kreisten in großer Höhe über dem fraglichen Gebiet, während die Beobachter konzentriert auf ihre Schirme starrten. Sie hatten die Erforschung des Terrens noch nicht abgeschlossen, als die erste Alarmmeldung kam. Flugzeug in Sicht! Augenblicklich gingen beide Schiffe mit eingeschalteten Spionstrahlneutralisatoren und Gedankenschirmen in den Steilflug über. Vorsichtig passten sie sich der Flugrichtung und der geringen Geschwindigkeit des luranischen Flugzeugs an. Tu etwas, Kim! Du kannst sie doch nicht einfach opfern! rief Clarissa, da sie den Kontakt mit den anderen Lenz-Trägern aufrechterhielt, wusste sie, dass es weder Worcel noch Nedragg etwas ausgemacht hätte, die Luranerin ihrem Schicksal zu überlassen, während Kynison und Tregonsee zu beansprucht waren, um an das arme Wesen zu denken. Es wird doch nicht nötig sein, dass die Overlords ihr Ziel erreichen und sie umbringen. Reicht es nicht, wenn sie euch den Zugang zur Höhle zeigt? Kannst du nicht etwas unternehmen? Äh, wie bitte? Kynison löste seinen Blick von dem Bildschirm. Oh, natürlich, Chris. Hen, gehen Sie noch ein wenig tiefer und lassen Sie ein paar Traktorstrahlen vorbereiten, die das kleine Ding notfalls sofort auffangen können. Das Flugzeug, das auf eine düstere Hügelkette zuhielt, verlor schnell an Höhe. Schließlich schien es direkt in einen steilen Felshang hineinzusteuern. Dort kann es unmöglich landen, keuchte Kynison. Und den Overlords liegt nur an lebendigen Opfern. Vielleicht habe ich mich die ganze Zeit geirrt. Fertigmachen, Jungens! Schnappte er. Wartet bis zum letzten Augenblick. Bis... Jetzt! Auf sein Kommando fächerten die mächtigen Traktorstrahlen aus und erfassten das gefährdete Flugzeug im letzten Augenblick. Doch wie es sich herausstellte, wäre die Löranerin nicht an der Felswand zerschellt, in der Uhr plötzlich eine Öffnung sichtbar wurde. Das kleine Flugzeug verhielt eine Sekunde lang reglos in der Luft. Achtet auf die Frau! Schnell! Befahl Kynison, als die Löranerin Anstalten machte, aus der Pilotenkabine zu steigen. Sie stand derart unter dem Einfluss der Overlords, dass sie sich tatsächlich ohne Fallschirm in die Tiefe stürzte. Doch ehe sie den Boden berührte, wurde sie von einem Traktorstrahl festgehalten und wild strampelnd davongetragen. Das, das ist ja Helena! rief Clarissa überrascht. Das arme Ding! Bringen Sie sie in Schleuse 6! Ich werde mich dort um sie kümmern. Sie wird einen Schock erleiden, wenn sie so viele Männer zu Gesicht bekommt. Als Helena von Lurane in den Schutz des Gedankenschirmes gelangte, stellte sie die Gegenwehr sofort ein. Sie war nicht bewusstlos gewesen. Mehrere Minuten lang war der todbringende Wille der Overlords zu ihrem eigenen geworden, ohne dass ihr daran etwas seltsam vorgekommen war. Als ihr altes Ich jetzt wieder die Oberhand gewann, traf sie der Schock der Erkenntnis wie ein körperlich spürbarer Schlag. Dabei hätte sie die Anwendung physischer Gewalt noch verstehen können. Der unheimliche, geistige Eingriff entzog sich jedoch ihrem Verständnis. Sie wusste nur, dass ein furchterregendes Ungeheuer von ihrem Geistbesitz ergriffen hatte, eine unglaublich starke Mentalität, deren Absichten ihr unbekannt waren. Ihr Verstand, der seit jeher auf Lyrane und seine Bewohnerinnen beschränkt gewesen war, leugnete die Existenz eines solchen Wesens. Sie erkannte die Dauntless nicht wieder. In ihrem Entsetzen sahen alle Raumschiffe gleich aus und hatten nur eine Funktion, die Funktion, ihren Planeten zu erobern. Alle Wesen, die nicht von Lyrane 2 stammten, galten als Feinde. Die Freundlichkeit der Männer von der Erde, des irdischen Lenz-Tragers und seiner Begleiter war nur gespielt gewesen. Ähnlich stand es um das seltsame, weiß gekleidete Wesen, das man fast als Person bezeichnen konnte und das sich in ihr Vertrauen eingeschlichen hatte, um die seltsamen Flugzeug- Zwischenfälle zu untersuchen. Nein, sie traute niemandem mehr. Sie glaubte jetzt den Grund für das Verschwinden der anderen Lyranerinnen zu kennen. Zwar hatten die Traktoren des Raumschiffes sie vor diesem Schicksal gerettet, doch fühlte sie sich nicht zur Dankbarkeit verpflichtet. Feind bleibt Feind. Einen Unterschied konnte sie nicht machen. Als sie nun das Schutzfeld erreichte und die Kontrolle über ihren Geist wiedergewann, bereitete sie sich auf einen Kampf vor, auf einen Kampf, für den sie ihre Kräfte mobilisierte. Die Schotten der Luftschleusen schlossen und öffneten sich und dann sah sie sich nicht einem bewaffneten Mann gegenüber, sondern der weiß gekleideten Pseudo-Person, die sie besser kannte als jemals ein anderes nicht-lyranisches Wesen zuvor. Oh, Helena, sagte Clarissa schluchzend und umarmte die erstarrte Anführerin. Ich freue mich ja so, dass wir dich noch retten konnten. Jetzt hat es mit den seltsamen Zwischenfällen ein Ende. Die Jungs werden dafür sorgen. Helena wusste natürlich nicht, was wahre Freundschaft sein konnte, doch als sie jetzt durch Clarissas Lenz erfuhr, dass die Erdbewohner wirklich nur ihr Bestes wollten, war der Schock zu viel für sie. Zum ersten Mal in ihrem Leben fiel Helena von Lyrane in Ohnmacht. Mac wusste sofort, dass kein Grund zur Sorge bestand. Ohne auf eine Ordonanz zu warten, nahm sie den leblosen Körper auf. Wir wissen bereits, dass sie nicht gerade ein Schwächling war und brachte das Mädchen in ihre Kabine.